servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mal mit dem ww news kompakt und den meldungen die es unter der woche nicht in eines der videos geschafft haben die ich aber trotzdem natürlich nicht unter den tisch kehren möchte und wir legen heute los mit einer ankündigung seitens blizzard dass es für die besten mythic plus spieler zukünftig einen titel geben wird und wir haben noch eine änderung in mechagon wo es blizzard einiges gefixt hat an dem meter erfolg dass dieser zukünftig einfacher abschließbar ist wir starten rein mit den news wenn euch das video am ende gefällt lasst sehr gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke würde mich freuen und damit starten wir rein tormented hero heißt der neue titel also so viel wie gequälter held den zukünftig die besten null 1 prozent der mythic plus spieler in world of warcraft bekommen werden diese 0,1 prozent beziehen sich auf horde und allianz separat also die jeweils 0,1 prozent der besten spieler beider fraktionen werden diesen titel bekommen und ihr müsst innerhalb der season eben in diesen rang stehen oder wenn die season beendet wird müsst ihr einen dieser ringe haben um dafür geeignet zu sein diesen titel zu bekommen das ganze ist eben angelehnt erfolg und titel an pvp wo es die gladiator erfolge gibt am ende der season für die besten das sind 0,5 prozent der spieler und das ganze ist jetzt sehr unspezifisch 0,1 prozent aber wenn ihr jetzt davon ausgeht dass wir pro season mehrere millionen mythic plus runs haben ich habe da vorhin ein bisschen recherchiert und was gefunden wo einer das ganze ausgerechnet hat es werden wohl wenn alles so bleibt wie aktuell spieler mit einem rating von ungefähr 2700 score also seitens des blizzard score diesen titel bekommen was entspricht ihr müsst ungefähr alle keystones auf plus 25 abschließen das war die berechnung die nötig war oder die vorgegeben hat was wahrscheinlich benötigt wird um diesen titel zu bekommen ist eine menge holz das macht man nicht mal einfach so mit einer random group dementsprechend ja ist ziemlich schwierig und da finde ich es auch in ordnung dass dieser titel wie im pvp auch nur an die besten spieler geht da habe ich überhaupt keinen neid oder problem mit wer den titel bekommt der hat es sich erarbeitet und dementsprechend ist auch richtig dass das nicht allzu viele bekommen kommen wir also noch zum thema meta achievement in mechagon das heißt auf englisch mecker dann und gibt euch am ende dieses mount was aussieht wie so ein wie sage ich es denn am besten kennt ihr dieses es hieß es glaube ich aus south park dieses gefährt von mr garrison was er entwickelt hat genau sowas ist das letzten endes ein rundes motorrad kann man sagen wir gucken uns das gleich nochmal an ähm da gab es einige erfolge in mechagon die eben nur mit sehr sehr viel luck also rng zufall ermöglicht werden konnten und da hat blizzard jetzt ähm was dran geändert und zwar haben wir zum einen ähm folgen changes have been made to mecha dann ähm es gibt so ein paar kleine figürchen die ihr sammeln müsst unter anderem da wurde die drop rate äh deutlich erhöht denn die sind mitunter echt richtig schwierig zu bekommen beziehungsweise ich hatte damals alle bis auf eins und das andere das wollte halt nie droppen dementsprechend besser wenn ähm ja die allgemeine drop rate dafür ein bisschen erhöht wurde dazu haben wir für eine äh eine weitere blau pause ein rezept für diesen pascal hieße glaube ich wo ihr sachen herstellen konntet da wurde ein äh ein rezept die drop rate erhöht bei einem anderen was von dem raketenhühnchen gedroppt ist das respawnt nun schneller dass ihr es öfters töten könnt und öfters die chance auf dieses ähm rezept bekommt dann haben wir noch konntet ihr euch ja so eine meccano katze da gönnen mit verschiedenen farben und für einen erfolg müsst ihr da alle verschiedenen farben sammeln die es gibt ähm da wurde zum beispiel jetzt von einer farbe die drop rate erhöht und äh was haben wir da noch die spawn rate dieser mobs die dafür teilweise benötigt wurden wurden auch nochmal deutlich erhöht also es ist einfacher und schneller da ranzukommen ähm und zwei quests die ihr ebenfalls benötigt sind nun jeden tag oder zwei daily quests die sonst random aktiv waren sind nun definitiv jeden tag ab und das macht es euch weiterhin einfacher dadurch dass ihr nicht hoffen müsst oh ist diese eine quest jetzt da ab ähm ihr wisst sie ist immer da und macht es euch einfacher Richtung erfolg zu arbeiten also finde ich ganz gut ähm vor allem aus dem grund da man ja der content ist durch seien wir mal ehrlich während der content aktiv ist finde ich es okay wenn blizzard da sagt ne da ändern wir jetzt nichts dran soll schwer sein zu erspielen aber hinten raus wenn der content eh von weniger leuten bestritten wird und vielleicht auch nicht mehr so gut abschließbar ist dann finde ich es okay wenn man sagt wir machen es den leuten ein bisschen einfacher das nachzuholen so hier seht ihr nochmal das round was ihr da bekommen könnt ist ziemlich unik droppt sonst noch das model von einem rare mob die eule sieht auch nice aus da drin ähm also ihr habt zwei chancen auf so einen mount in unterschiedlichen farbtönen dementsprechend eins ist dann über den erfolg und das geht jetzt einfacher in diesem sinne sind wir durch mit den kompakt news ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche noch einen schönen tag und damit reingehauen bis zum nächsten Mal Vielen Dank.